So meine süßen Zimtschnecks, wir machen hier heute eine Premiere und zwar ist das ein Gugelhupf aus Hefeteig gefüllt mit Heidelbeerfüllung und das schmeckt so lecker, der ist schön knusprig außen, innen schön weich und fluffig und das ganze Rezept machen wir jetzt hier gemeinsam. Schaut hier unbedingt oben, links habe ich es euch verlinkt, das Grundrezept zum Hefeteig an. Es gibt verschiedene Varianten, die ihr machen könnt. Ich mache immer den langen 24 Stunden Hefeteig und das ist die beste Variante für mich. Es gibt noch andere Alternativen. Ihr seht schon, wie fluffig dieser Teig ist nach dem Anrühren und dann kugel ich den zu einer Kugel und dann kommt er ab in die Schüssel und dann ruht er erstmal für 20 Minuten in der Raumtemperatur. Dann kommt er natürlich abgedeckt in den Kühlschrank für 18 Stunden mindestens und dann nehme ich ihn raus für so eine Stunde, lasse ihn schön warm werden, weil er ist ja natürlich kalt aus dem Kühlschrank und dann falte ich ihn nochmal und lasse ihn nochmal eine Stunde ruhen und es gibt dem Teig richtig schön fluffige Luft. Ja, also die Schritte habe ich für mich herausgefunden, sind die besten. Ich mache auch in meinem süßen Hefeteig tatsächlich keinen Zucker deswegen rein, weil die Hefe kann genug arbeiten durch den Milchzucker, durch die Kohlenhydrate im Mehl. Klappt das alles wunderbar. Aber wie gesagt, schaut euch das Grundrezept an. Ich habe euch verschiedene Varianten aufgeschrieben. Ja und nach diesen ganzen Schritten habe ich jetzt hier diesen fertigen Teig, den ich füllen kann. Mein Teig ist hier ein bisschen länger geworden. Macht ihn ruhig gerne nur so 40, 50 Zentimeter lang und ihr müsst es hier auch nicht genau nehmen. Ihr braucht da ungefähr eine Fläche von 15, 20 Zentimeter, dass es wie ein Rechteck ist und für die Füllung brauchen wir Heidelbeer, Fruchtaufstrich, Zucker und ich habe hier noch eine handgefrorene Heidelbeeren verwendet. Die habe ich in dem Zucker erstmal gezuckert und den Fruchtaufstrich habe ich natürlich schön glatt gestrichen, damit er sich besser verteilen lässt. Und dann gebe ich das Ganze auf den Teig, verteile das alles schön gleichmäßig und die Farbe von dem Fruchtaufstrich ist schon mal so richtig toll. Also dieser Heidelbeer- Fruchtaufstrich kann ich wirklich empfehlen. Der ist richtig schön süß und fruchtig und man schmeckt richtig die Heidelbeere raus und das feiere ich wirklich sehr. Und ich mag allgemein alles Gefüllte. Ihr seht auch in meinem Kanal, ich mache ganz viel mit gefüllten, fertigen Fruchtaufstrichen, weil das ist zumal einfach. Wir haben alle gar nicht mehr so viel Zeit zum so viel backen. Ich weiß, die Produkte sind sehr gut und deswegen verwende ich das wirklich sehr gerne, um ganz verschiedene Sachen zu backen und zu füllen. Damit kann man auch übrigens ganz schnell auch mal einen Blätterteig füllen und dann hat man leckere Heidelbeer-Taschen und ihr seht schon hier, diese Farbe ist so wundervoll. Ja und das verteile ich jetzt einfach komplett bis zum Rand auf dem Teig. Ich habe den so circa zwei, drei Zentimeter ausgerollt, also auch gar nicht so dünn, damit er richtig schön fluffig wird nachher. Und ja, jetzt habe ich das hier bald auch mal geschafft mit dem Bestreichen. Und dann habe ich die Heidelbeeren, das ist so eine Handvoll. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen, wenn ihr mehr Früchte wollt. Das ist absolut individuell. Könnt ihr dieses Rezept verwenden und habe dann den restlichen Zucker drauf verteilt, damit es einen Tick süßer wird, weil ja im Teig kein Zucker ist. Muss ich halt eben in der Füllung ein bisschen Zucker reinmachen. Ja und habe die Beeren dann quasi in einer Reihe verteilt und dann wird der Teig ganz einfach zugeklappt. Und das habe ich dann auch mit meinem Teigschaber gemacht, weil natürlich Hefeteig klebt schon auch manchmal ganz gerne an der Arbeitsplatte. Aber das ist absolut kein Problem. Ihr seht, hier habe ich schon probiert und da habe ich gemerkt, ah okay, er klebt ein bisschen, kein Problem. Teigschaber benutzt und dann klappt es wunderbar. Seht ihr, ich habe einfach die obere Seite zur Mitte gelegt. Und dann die untere Seite auch zur Mitte. Und natürlich die Enden und auch die Öffnung oben von den Seiten habe ich schön miteinander verbunden. Ich drücke das immer so zusammen, dass der Teig einfach schön zu ist. Und dann könnt ihr das Ganze nämlich immer wunderbar backen und da läuft euch nichts aus. So, jetzt haben wir das hier auch gleich geschafft. Ja, viele denken immer mit den Nägeln kann man nicht backen, aber doch, das geht wunderbar. Ich kann vielleicht nicht kleine süße Schokofiguren daraus mal mit den Nägeln machen, weil es natürlich, ja, es sind halt nur meine Nägel. Aber das ist mein Markenzeichen, meine roten Nägel. Meine Videos erkennt ihr eigentlich nur so. So, ich habe jetzt hier alles schön, seht ihr, schön bündig verbunden. Habe ein bisschen Mehl noch auf die Arbeitsplatte gestreut und dann mit dem Teigschaber natürlich völlig gelöst. Ein bisschen noch eingerollt mit dem Mehl, damit es nicht mehr kleben bleibt. Dann habe ich die Gugelhupfform, das ist ja eine ganz normale Standard-Gugelhupfform, gebuttert und gebröselt, sage ich immer ganz gerne. Das ist einfach die beste Variante zu backen. Also das mache ich schon immer so. Butter und Brösel, ihr könnt auch Haferflocken nehmen, klappt auch wunderbar, muss ich sagen. Gibt einen richtig leckeren Crunch. Dann habe ich den Teig einfach wie so ein Kringel um die Gugelhupfmitte gelegt. Schön locker, nicht zu fest. Und dann habe ich das Ganze auch noch mit ein bisschen Butter bestrichen, damit es natürlich schön goldbraun wird und Fett ist natürlich super beim Backen. Und dann hatte ich dann noch die Idee, noch so ein paar gefrorene Heidelbeeren noch entlangzulegen. Also ich habe das dann quasi dem Kringel entlang gelegt. Und weil die gefroren sind, kann ich sie halt auch super mitbacken. Das heißt, die tauen auf und gehen nicht gleich kaputt, weil sie dann zu weich werden. Und so. Und das ist das Wichtigste vor dem Backen. Lasst euren Hefeteig immer 20 Minuten nochmal ruhen. Und dann kommt es in den vorgeheizten Backofen, 170 Grad, 20 bis 25 Minuten, bis er schön goldbraun ist. Und wenn ihr draufklopft und er hört sich hohl an, ist er durch. Und dann haben wir diesen wunderschönen Kuchen. Also ich finde den so beautiful. Ist einfach hübsch. Ist einfach so ein Fake-Google-Hupf. Ich hätte gedacht, das ist ein leckerer Rührkuchen. Aber nee, nee, das ist hier einfach ein Hefeteig. Ein Hefeteig mit leckerer Fruchtfüllung. Ich habe hier dann noch so ein bisschen Maiszucker drauf gestreut. Ihr könnt Puderzucker nehmen. Ich nehme mir ja fruktosefreie Variante, aber könnt alles normale nehmen. Ja, dann habe ich hier nur so ein paar Königsheidelbeeren hier draufgepackt. Sieht aus wie so ein kleiner Königskuchen. Gefällt mir ganz arg. Also die Optik gefällt mir wundervoll. Ich bin echt begeistert mit einer Google-Hupf-Form. Einfach mal so einen Fake-Google-Hupf gemacht und so einen Hefeteig draus gemacht. Hefekuchen. Hefekuchen, ja. Genau. Und jetzt schneide ich das hier an. Die Kruste. Super knusprig und innen drin richtig schön weich und fluffig. Das seht ihr jetzt hier gleich. Schaut mal. Perfekt. Also wir haben hier richtig schöne Marmorierung von den Heidelbeeren und ein fluffiger Hefeteig. Und außen ist er schön knusprig. Vor allem unten in der Form ist es richtig schön knusprig geworden. Auch durch die Brösel. Und jetzt könnt ihr sehen, wie fluffig der ist. Also ich bin absolut zufrieden mit dem Rezept. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und haltet die Augen auf. Es kommt die Frühlingstorte bald online. Und die ist der Hammer mit lecker Erdbeeren und Frischkäsecreme. Und dann